Ja, jetzt ist es fast schon wieder soweit und das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und ich freue mich, dass ich Ihnen noch einmal auch alles Gute wünschen kann und vielleicht ein bisschen Rückblick halten kann in ein Jahr, das doch für viele Menschen sehr aufregend war und gerade wenn ich hier im Bereich politische Schiene ein bisschen spreche, war es natürlich auch ein Jahr, da muss man klar sagen, dass nicht jeden glücklich gemacht hat, insbesondere wenn wir nach Berlin schauen, wo sich manche Menschen mehr vorstellen, wo ab und an das Gefühl da ist, dass vielleicht zu große Distanz herrscht und man sich manchmal ein Mehr an Miteinander wünscht. Und genau das ist es, was für mich hier bei uns zumindest mal unsere Kreisebene auszeichnet. Ich bin zum einen mal sehr dankbar über ein Jahr, in dem ich mit ganz vielen Menschen hier in unserem Landkreis, egal ob sie in der Kreisverwaltung, im Kreistag sitzen, ob es Bürgermeister sind, Vereine, Institutionen, in dem wir einfach viel miteinander bewegen konnten, Projekte stemmen, neue Ideen entwickeln. Ein Beispiel für mich ist zum Beispiel das Thema Nahe Kulturlandschaft, dass wir im kommenden Jahr ein wirklich tolles Kulturangebot innerhalb des Kreises Bad Kreuznach für Sie ja auch deutlich nach draußen tragen können. Aber es ist einfach schön, miteinander zu arbeiten und das genieße ich und dafür möchte ich wirklich ein ganz großes Dankeschön an all diejenigen sagen, die das möglich gemacht haben. Insbesondere auch, und das empfinde ich schon als Glücksfall, dass es bei uns im Kreistag ein so gutes Miteinander gibt, dass es nicht immer ganz entscheidend ist, von welcher Partei kommt ein Vorschlag, eine Idee, sondern dass es nur entscheidend ist, ist es eine gute oder eine schlechte oder nicht ganz so gute Idee und wir arbeiten miteinander und ja, das ist eine tolle Sache und das macht auch Mut, wenn ich ins kommende Jahr blicke, denn ich weiß nicht, wie weit sie sich damit beschäftigt haben, im kommenden Jahr wird es eine Kommunalwahl geben. Wir werden erneut in den Ortsgemeinden, in den Städten, aber eben auch im Kreis Parlamente wählen und ich bin zum einen froh, dass sich wohl auch wieder genügend Menschen finden, die sagen, ja, ich werde meine private Zeit, meine Freizeit einbringen in das Ehrenamt Kommunalpolitik, ich möchte meine Heimat mitgestalten und ich hoffe und das ist mein ganz großer Wunsch für das kommende Jahr, dass wir auch in Zukunft ein solch gutes Miteinander haben, denn ich glaube, das ist das, was die Kommunale eben auch auszeichnet und was vielleicht manchmal auch gegen das Thema Politikverdrossenheit helfen kann. Hier kann man Politik gestalten, direkt vor Ort, vor der Haustür, man sieht, worum es geht und das ist der Grund, warum ich für mich sagen kann, ich hatte ein wunderschönes Jahr, denn ich durfte gestalten hier in unserem Kreis und Sie, die Sie ab und an meine Beiträge hier verfolgen, die Sie Rückmeldungen geben, ansprechen, ob ich auf Marktplatzsprechstunden stehe oder auf Festen bei Veranstaltungen bin, Sie sind mit daran beteiligt, denn auch hier kamen viele Rückmeldungen im vergangenen Jahr und das hat einfach gut getan. Ich möchte Ihnen jetzt für die nächsten Tage erst einmal alles Gute wünschen, dass Sie das, was Weihnachten auszeichnet, auch erleben dürfen. Ruhe, aber vor allem ein gutes Miteinander mit Ihrer Familie, mit Freunden, mit den Menschen, die einem am Herzen liegen und auch das ist vielleicht eine Erfahrung. Ich war letztes Jahr am Heiligen Abend noch einmal im Krankenhaus und habe nachmittags Menschen besucht, die alleine waren. Und diese Erfahrung, dass Menschen, die krank sind, genau an diesem Tag alleine sind, die hat mich sehr getroffen. Ich wünsche mir, dass Sie einen Blick dafür haben, wer in Ihrer Umgebung, wer bei Ihnen vielleicht sich freuen würde, in gerade diesen Tagen einmal ein nettes Wort zu hören, Besuch zu bekommen. Und ich glaube, das meiste bekommt man selbst auch durch solche Besuche. Und soweit genießen Sie die Zeit. Ich wünsche Ihnen friedvolle Weihnachten und ein gesundes, glückliches, zufriedenes neues Jahr 2019. Und ich wünsche Ihnen die Zeit.